Hallo zusammen, heute wieder Züge nach Vorbild und zwar ein Interregio mit einer 103 und das ist nämlich der HEE, der Haarstadt Engelhobe Express. So, die ganze Sache hat den Hintergrund und zwar anlässlich der Brückeneröffnung beim Ralf vom Kanal Engelhober, bevor als erster zog die Brücke der berühmte HEE Haarstadt Engelhobe Express. Den Link den setze ich nochmal unten drunter, das könnt ihr euch dann anschauen. Und zwar wurden auch anlässlich dieses Festes extra gefertigte Tassen verteilt, wovon Ralf mir freundlicherweise zwei zukommen ließ. Hier einfach nochmal besten Dank an dich Ralf. Ich selber hatte die Möglichkeit kurz auf der Brücke zu filmen, aber habe leider den HEE nicht erwischt, sondern nur einen Güterzug. Später konnte ich den nochmal auf Strecke ganz normal ablichten. Aber das seht ihr dann alles im Film. Dann wünsche ich euch mal viel Spaß mit dem HEE Haarstadt Engelhobe Express. Bis zum nächsten Mal. Ist der Hammer, weil die Brücke schwingt. Die Brücke schwingt, 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 die Brücke schwingt. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Die Brücke schwingt. Die Brücke schwingt, die Brücke schwingt. Die Brücke schwingt, die Brücke schwingt.